Hey meine Freunde, ich bin hier wieder auf griefergames.net unterwegs. Ihr seht, ich habe ein Weizenkorn in der Hand und mit diesem Weizenkorn möchte ich mich zum Multimillionär hochtraden. Meint ihr, wir schaffen es? Schreibt es jetzt in die Kommentare und wir suchen mal, gegen was wir Weizenkörner eintauschen können. Da müssen wir erstmal Leute finden. Crashy sieht ganz gut aus. MSG, Crashy habe ein Weizenkorn. Dann würdest du es gegen etwas tauschen? Ich finde mich ja für Vollbanane. Crashy hat leider nichts zum Tauschen. Was meint ihr, werden wir es schaffen, uns mit unserem Einweizenkorn zum Multimillionär hochzutauschen? Schreibt es jetzt in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben.